Hey! Im heutigen Video möchte ich einfach ein bisschen mit euch diskutieren bzw. ein bisschen eure Meinung hören. Es gibt nämlich ein Thema, was mich die letzte Woche über sehr viel beschäftigt hat und zwar, wie ihr im Titel auch schon lesen könnt, wenn große Marken plötzlich fair oder nachhaltig werden. Wie gesagt, ich habe mich diese Woche sehr viel damit beschäftigt und irgendwie komme ich nicht so richtig zu einem Ergebnis. Und deswegen dachte ich mir, mache ich einfach mal ein Video darüber und frage euch mal, was eure Meinung dazu ist. Vielleicht erstmal dazu, wie ich überhaupt auf dieses Thema gekommen bin. Also ich war diese Woche in einem Geschäft. Ich mache es nämlich immer ganz gerne so, dass ich in ganz normale Modegeschäfte reingehe. Dann probiere ich die Sachen an und gucke dann, ob ich sie auf Kleiderkreise befinde. Und genau das habe ich letzte Woche auch gemacht. Also ich bin in einen Laden gegangen, habe dort eine Hose anprobiert. Es geht um eine Sporthose. Ist aber eigentlich auch egal, worum es geht. Und ich war mir ziemlich sicher, dass diese Marke, bei der ich die Hose anprobiert habe, nicht fair ist. Und deswegen kam es für mich eigentlich auch gar nicht in Frage, die dort zu kaufen. Aber ich hatte mich halt noch nie über diese Firma informiert und deswegen dachte ich mir dann zu Hause, ich gucke einfach mal. Und dann bin ich auf die Internetseite von dieser Marke gegangen und habe mir wirklich alles durchgelesen, was die irgendwie über ihre ethischen Anforderungen und ihre Produktionsbedingungen zu sagen haben. Und bin dann letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass ich die sogar ganz gut finde. Also was sie auf ihrer Internetseite angegeben haben, was sie halt für Anforderungen haben und was sie alles von ihren Produzenten fordern und was sie auch auf jeden Fall einhalten müssen, das klang für mich alles sehr, sehr gut. Und ich habe mich total gefreut und dachte so, hey, jetzt kann ich mir die Hose ja doch kaufen. Und habe ich aber dann nicht gemacht, sondern ich dachte mir, ich warte mal noch. Und ich habe sowieso auch erstmal noch auf Kleiderkreise geguckt, ob ich sie nicht doch finde. Habe ich aber leider nicht. Auf jeden Fall habe ich dann mit meinem Freund auch darüber geredet und er fand das auch ganz interessant und hat sich dann auch über die Marke informiert. Und im Gegensatz zu mir hat er nicht nur auf der Internetseite von dieser Marke geguckt, sondern hat halt auch Berichte angeguckt von Außenstehenden, also was halt andere über diese Marke zu sagen haben. Und dabei hat er dann herausgefunden, dass sie noch nicht immer fair waren. Anscheinend war diese Marke bis vor ein paar Jahren noch genauso wie alle anderen, hat unter super schlechten Bedingungen die Sachen herstellen lassen, hat keine fairen Löhne bezahlt, hat überhaupt nicht auf die Umwelt geachtet. Also Umwelt ist, glaube ich, heute bei denen immer noch so. Aber das hat mich dann vor die grundlegende Frage gestellt, sollte man eine Marke unterstützen, die jetzt fair ist, aber es mal nicht war? Also ich bin eigentlich der Meinung, wenn eine Veränderung wirklich stattfindet und wenn sie es jetzt wirklich besser machen als vorher, dann sollte man es auch unterstützen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn jetzt zum Beispiel jemand meint, man sollte nichts von dieser Marke kaufen und man sollte sein Geld stattdessen den Leuten geben, die es von Anfang an halt richtig und fair gemacht haben. Ich finde, was man da auch noch unterscheiden kann, ist einmal, ob eine Marke jetzt komplett auf fair und nachhaltig umstellt oder ob sie zum Beispiel so eine Kollektion rausbringen, die irgendwie so fair und nachhaltig sein soll. Ich denke, ich muss da jetzt kein Beispiel nennen, aber uns fällt bestimmt allen eine relativ große Marke ein, die immer mal wieder eine nachhaltige Kollektion rausbringt. An dieser Stelle kann man sich natürlich fragen, wie nachhaltig sind diese Sachen wirklich? Nachhaltig bedeutet natürlich auch noch nicht fair. Also nur weil etwas jetzt aus Biobaumwolle oder aus recycelten Materialien ist, heißt das nicht, dass die Näherinnen daran auch nur einen Cent mehr verdient haben. Und genauso, was denke ich mal auch für viele relevant ist, wie ernst meint diese Firma es jetzt mit dieser Fairness und der Nachhaltigkeit, wenn es irgendwie nur eine Kollektion ist und der Rest ist trotzdem noch total beschissen. Also wenn man schon die Sachen irgendwie fair herstellen kann, warum macht man es dann nicht mit allen Produkten so? Andererseits ist es natürlich so, dass Nachfrage das Angebot bestimmt. Und wenn jetzt Marke XY eine faire Kollektion rausbringt und die Leute kaufen es dann, dann wird sich diese Kollektion erweitern und es wird mehr faire Produkte geben. Das gleiche gibt es ja auch so bei veganen und vegetarischen Produkten. Es gibt ja inzwischen schon einige eigentlich Fleisch- oder Milchfirmen, die vegane und vegetarische Sachen irgendwie auf den Markt gebracht haben. Und viele meinen ja auch, diese Sachen sollte man jetzt nicht kaufen, weil diese Marken jetzt eigentlich nur sozusagen auf den Trend mit aufspringen und irgendwie auch nur Geld damit machen wollen und eigentlich ethisch gar nicht dahinter stehen. Was ich auch auf jeden Fall nachvollziehen kann. Also ich kaufe auch lieber die Produkte von Firmen, die komplett vegan sind. Aber ich finde es trotzdem auch gut, wenn andere Firmen, die normalerweise zum Beispiel Fleisch produzieren, jetzt vegetarische Sachen rausbringen. Aus verschiedenen Gründen. Einmal, wie gerade schon gesagt, wenn man mehr von diesen Produkten kauft, dann wird das auch das Angebot letztendlich verändern. Und andererseits, was bei all diesen Sachen jetzt noch dazu kommt, wenn man schon eine bekannte Marke hat, also jetzt als jemand, der nicht irgendwie auf Nachhaltigkeit achtet oder so und gerne Produkte von dieser Marke kauft und dann bringen die ein veganes oder vegetarisches oder ein nachhaltiges Produkt raus, dann ist es sehr viel wahrscheinlicher, dass man dieses Produkt kauft. Weil Leute, die jetzt vielleicht nicht in den Unverpacktladen gehen oder die nicht in einen Fair Fashion Store reingehen, die kommen sonst einfach nicht an diese Sachen ran. Und wenn das dann einfach so ein bisschen mehr in den Mainstream kommt, wie jetzt auch, wenn DM zum Beispiel solche nachhaltigen Produkte hat, auch wenn es jetzt vielleicht nicht die perfekten Produkte sind, dadurch, dass sie dann einfach im Drogeriemarkt direkt zu finden sind, kommen einfach viel mehr Leute ran. Und ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Aber natürlich kann es dadurch auch irgendwie zu Greenwashing kommen, dadurch, dass das Ganze halt so in den Mainstream kommt. Ich finde es sehr schwierig. Was ich mich auch bei so Firmen frage, die so nach und nach auf vegan oder auf nachhaltig umstellen, ist, stehen die wirklich dahinter? Also wenn es jetzt nur ein Trend ist und in ein paar Jahren interessiert es vielleicht nicht mehr so viele Leute, was ich nicht hoffe, was machen diese Firmen dann? Also wenn sie nicht wirklich dahinter stehen, dann werden sie ja wahrscheinlich einfach aufhören, diese Produkte zu produzieren und einfach wieder zu dem zurückkehren, was sie vorher gemacht haben. Also ich denke, diese Gefahr ist eher bei so veganen und vegetarischen Produkten. Ich glaube, niemand wird jetzt seine faire Klamottenproduktion auf einmal wieder auf unfair umstellen. Das wäre irgendwie ziemlich dumm. Ich fände es natürlich genauso dumm, wenn jemand jetzt auch wieder anfängt, Fleisch zu produzieren. Aber ja, also das waren jetzt so grob meine Gedanken zu dem Thema. Vielleicht kann ich es gerade nochmal kurz zusammenfassen, auf welche Frage ich jetzt eigentlich hinaus wollte. Findet ihr, dass man eine Marke unterstützen sollte, wenn sie früher nicht fair war, aber jetzt komplett auf fair umgestellt hat? Und genauso, was ist, wenn eine Marke, die normalerweise nicht fair oder nicht nachhaltig ist, jetzt ein nachhaltiges Produkt rausbringt? Sollte man das dann unterstützen? Oder seid ihr der Meinung, dass man diese Marken komplett boykottieren sollte und wirklich nur bei Firmen kaufen sollte, die von Anfang an fair waren und die wirklich so zu 100% schon immer dahinter standen? Würde mich mal sehr interessieren, was ihr über dieses Thema denkt. Ich habe wirklich diese Woche sehr viel darüber nachgedacht und bin nicht so wirklich zu einem Schluss gekommen. Also ich finde eigentlich, dass man Veränderungen immer irgendwie unterstützen sollte, wenn es in eine positive Richtung ist und wenn es auch wirklich ernst gemeint ist und wenn es jetzt nicht nur so dahergesagt ist, so ja, wir machen jetzt nachhaltig, aber es ist halt nicht wirklich nachhaltig. Also wenn es jetzt um Kleidung geht und es nur eine einzelne Kollektion ist, finde ich trotzdem, dass man es unterstützen sollte, weil es halt Veränderungen irgendwie in Gang setzen kann. Und wenn eine Firma jetzt komplett auf fair und auf nachhaltig umstellt und das auch wirklich umsetzt, dann finde ich auch, dass man es unterstützen sollte. Ich meine, das ist ja immerhin eine sehr positive Veränderung, die sie da gemacht haben. Ich weiß nicht, ich finde es so schwierig. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Ich kann mich noch nicht so wirklich entscheiden, aber vielleicht wird mir die Diskussion mit euch ja ein bisschen helfen. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr zu dem Thema denkt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!